Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Dosari! Und falls ihr euch wundert, warum es gerade Nacht ist, das hat einen ganz speziellen Grund. Und zwar möchte ich diesmal bei Theo einbrechen. Ich werde es jetzt nicht lauter sagen. Aber ich... Ich werde mir eben kurz... Ich fange mal ganz langsam zu ihm hoch. Ich sneake. Und wenn er fragt, was ich das mache, dann sage ich, ich brauche Platten. Vorsichtig. Okay, er schläft. Perfekt, okay, er schläft, er schläft, wieder runter. Okay. Also. Zum... Oh mein Gott, wir sind hier unten zum Plan. Wir werden jetzt da einbrechen und gucken, was in seinem Keller los ist. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Und ich hoffe sehr stark, er merkt nichts. Es ist Mitte in der Nacht, also sollte er jetzt nicht aufstehen müssen. Okay. Dann. Ich mache am besten nochmal zu. Ich kann mich ja immer wegwappen. Und ich gehe mal rein. Okay. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Jetzt zum Professor. Ich will wieder in die Traumwelt. Ach Gott, der Arme. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie man das mit der Traumwelt macht. Was ist das hier? Transmutator. Das habe ich bisher alles gesehen. Okay. Was ist hier drin? War das noch ein Testexemplar? Ist der unsichtbar? Ne. War das noch eine Art Testexemplar oder sowas? Steht hier irgendwie ein Schild? Ne. Was macht er mit den Leuten? Okay, hier ist nichts Besonderes drin. Nichts, das irgendwie nützlich aussieht. Oder wovon ich Ahnung hätte. Okay, gehe ich jetzt hier rein. Ähm. Was zur Hölle ist das? Was ist hier los? Äh. Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Ich glaube, ich fasse das mal lieber nicht an. Projekt Wiederbelebung. Mit was? Augen finden. Teile finden. Professor finden. Der benutzt den. Zauberstäbe. Okay, er hat seine Zauberstäbe da. Familienbild hat er. Opfer? Ist das... Wer ist denn das Opfer? Ich das? Warum hat er dann hier gebaut? Ich weiß es nicht. Magier Energie. Dimensionsenergie. Und Familie wiederbeleben. Darf das auf der zweiten Seite was? Ne. Er will seine Familie wiederbeleben. Wait, kann es sein, dass dadurch diese ganze Seuche hier ausbreitet? Sich ausbreitet? Weil er irgendwie das nicht ganz hinbekommt? Was ist das hier alles? Irgendein Portal. Ich gehe da ganz sicher nicht rein. Das sieht mir zu gruselig aus. Ritualraum? Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Okay, er schläft nach oben. Was ist das denn für eine Rüstung? Die ist gut, aber die sollte ich nicht nehmen. Okay, das ist krass. Aber ich nehme am besten nichts weg. Das ist das... Das ist ein Auge fürs Portal. So. Ich will jetzt hier ganz sicher nichts zerstören, aber ich will auch irgendwie... Ich brauche das Auge. Ich glaube, ich nehme das Auge mit. Call of the Watcher. Okay. Oh Gott. Ganz schnell raus hier. Ganz schnell raus hier. Oh nein. Nicht falsch platzieren. Hoffentlich checkt er das nicht. Ist er da? Ne, er ist nicht da. Und... Ist nach oben. Schnell nach Hause, schnell nach Hause. Ist es denn schon noch Tag? Oh Gott, schnell nach Hause. Ich bin zu Hause. Morgen. Hallo. Hey. Hi. Na, wie hast du so geschlafen? Ist irgendwas? Ne, alles gut. Ich... Hab gerade einen Albtraum gehabt oder sowas, aber sonst alles gut. Aha. Ne. Hey, wo ist da... Hey, wo ist das... Hey, wo ist das, dass ich geschlafen habe? Ich bin davon ausgegangen. Ist es morgens und so? Keine Ahnung. Also... Ich arbeite auch sehr oft nachts. Das weiß ich doch nicht. Du hast... Ich weiß nicht, was du da oben machst. Ich beobachte sicher nicht. Na, sehr recht. Na, noch einen schönen Tag. Ja, dir auch. Oh mein Gott. Okay, also jetzt ist das so. Er hat nichts gemerkt. Also zumindest noch nicht. Ich gehe mir eben zum... Zum Portal. Was ist das? Oh nein, 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 nein. Wir brauchen noch ein Auge. Das ist das. Offensichtlich. Ein bisschen spiegelverkehrt. Aber jetzt ist es genau dasselbe. Und so fehlt nur auch das Rote. Wie kriegen wir das denn? Also leitet alles zu diesem Portal hier. Okay, es ist noch geschlossen. Kann ich mich durchbauen? Ne, sieht nicht dann noch aus. Es fehlen hier ein paar felsen Strichen. Geht das kaputt oder sowas? Okay, wir haben jetzt alle vier Augen. Also bis auf halt das hier. Also I don't know. Wie wird das bekommen? Ne, ich baue das lieber nicht ab. Ich will hier jetzt nichts kaputt machen. Ich gehe wieder nach Hause. Äh, hi. Hast du jemanden gesehen, der wahrscheinlich... Ich war gerade in meinem Keller gewesen. Und ich hab da... Es sah ein bisschen aus, wer da irgendjemand gewesen. Hast du jemanden gesehen, der da... Äh, nachts reingeschlichen ist vielleicht? Oder sowas, während ich geschlafen habe? Warum soll jetzt jemand bei dir reinschleichen? Wir wohnen hier... Also der Händler und Maxim sind irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube, ein bisschen wieder auf Reisen oder sowas. Stimmt, Bello ist weg, aber... Bello hat an sich keinen Grund, in den Keller zu gehen. Einfach so. Keine Ahnung. Also ich war nicht drin. Vielleicht warst du es... Vielleicht warst du es selber mit Schlafwandeln oder sowas. Ja, Flafwandeln kann ich eigentlich nicht. Weil sonst hab ich das ja schon über die ganzen Jahre ja gemerkt. Ah, stimmt. Hast recht. Kann es sein, dass vielleicht dieses Schaf da war? Weil ich hab mal gesehen, dass da so ein komisches Schaf rumgelaufen ist. Ja, das kann sein. Aber es ist ja verfolgt. Das kann gut sein. Das Schaf ist sehr besonders. Es kann sein, dass es da war. Aber ich hab keine Ahnung. Na gut. Ähm... Dann bin ich mal wieder weg. Noch einen schönen Tag und... Will ich... Dir. Also tschüss. Ja, tschüss. Oh, dieser Zauber funktioniert nicht. Oh mein... Okay, er ist weg. Oh mein Gott. Wir haben uns schon gut rausgerät, würde ich sagen. Also... Er hat keinen Verdacht geschöpft. Ich weiß nicht, ob er mir wirklich vertraut, aber... Aber apropos, wo ist Bello wirklich jetzt? Bello ist irgendwie nicht da. Bello? Scheint irgendwie nicht da zu sein. Na, keine Ahnung. Da macht bestimmt wieder seine Faxen. Aber gut. Ähm... Ne, ich mein meine Hotbar. Na, wobei, egal. Ich glaube, wir müssen da bald nochmal rein. Ich weiß nicht, sollen wir da bald nochmal rein? Weil ich will wissen, wovon diese Korruption kommt. Habe ich da eine Tür vergessen? Ich weiß es nicht. Ich will da demnächst nochmal rein. Aber ich bin mir sicher, ob ich das wirklich tun sollte. Also... Ah... Wo ist es überhaupt... Ist es überhaupt da gerade? Gerade mit zu? Ne, ne? Naja, scheint nicht da zu sein. Gut. Okay. Und hier ist unser Lucky Block Event gewesen. Man kann so ein bisschen hier die Ruin noch mitnehmen. Bestimmt lässt sich da das eine oder andere noch finden. Diese Goldblöcke als Beispiel. So. Aber oh Gott. Das hätte echt schief gehen können. Also hätte er uns gesehen, dass... Also ich glaube, der hätte uns sofort weggeklatscht. Weiß nicht, ob er wirklich so stark ist, wie er rüberkommt. Aber es erscheint auf jeden Fall nicht schwach. Das kann man sagen. Puh, okay. Gehen wir mal wieder zurück. Wir müssen aufpassen. Und ich muss... Ich muss irgendeine Ausrede oder sowas. Also ich muss ihn irgendwie überzeugen, dass nicht ich da war. Weiß nicht, was ich dann sagen werde, aber... Ach, mir wird schon was einfallen. Diese Beacon kann man eventuell mitpowern. Vielleicht. Okay, dann geht's jetzt wieder zurück nach Hause. Puh. Wir müssen... Wir müssen demnächst nochmal da rein. Auf jeden Fall. Okay, ich glaube, ich würde sogar jetzt nochmal einbrechen. Ich hab... Ich hab keine Ahnung, ob er... Ist er da? Also er ist gerade abgehauen. Ja komm, also ganz ehrlich. Ey, ich geh nochmal rein. Ich weiß nicht, ob er... Oh, also er ist weggeflogen. Das heißt, er müsste weg sein. Okay. Ganz vorsichtig. Nicht, dass er jetzt irgendwie von hinten auftaucht oder sowas. Ich mach gleich wieder zu. Ich geh rein. Hier hab ich die weiteren nachgeguckt. Genau. Okay. Oh Gott. Äh. Ähm. 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 Äh. Hals. Was machst du hier? Du hast... Du hast... Du hast... Ich lasse nicht zulassen, die Widerbelöhnung. Ich werde... Nein, 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 nein. Okay. Es tut mir leid. Nein, 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 nein. Du kriegst das Auge nicht. Vergiss es. Ich hab eigene Pläne. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Scheiße. Warum war jetzt... Egal, es sind nur meine Pläne. Ich hau ab, ich hau ab. Okay, okay, okay. Ich muss schnell hochlegen. Feindling. make me in Don you be be Spirit I yeah. Bis zum nächsten Mal.